Heute geht es um Macht und Gewalt. So lautet auch der Titel eines Buches von Hannah Arendt, das im Original 1970 erschien und bereits mit diesen drei Worten andeutet, worum es geht, dass Macht und Gewalt nicht einfach dasselbe sind. Worin der Unterschied besteht und warum das so ist, darum geht es jetzt. Philosophinnen und Philosophen eilt der Ruf voraus, still und leise vor sich hinzudenken, ohne sich wirklich um die Welt zu kümmern, sich in laufende Diskussionen einzuschalten oder sogar zu handeln. Eines der besten Beispiele dafür, dass diese Sicht keineswegs stimmt und ein Vorurteil ist, ist die Philosophin Hannah Arendt, die 1906 in Hannover geboren wurde. Arendt war zeitlebens hochinteressiert an den Vorgängen und Ereignissen ihrer Zeit und an gesellschaftlichen, kulturellen oder politischen Fragestellungen. In ihren Vorlesungen, Büchern, Essays und Reden ging es ihr immer wieder darum, die Fehlschlüsse und Ungereimtheiten ihrer Zeit aufzudecken. Wer genau hinsieht, wird nämlich immer Risse und Abgründe finden, im eigenen Leben genauso wie in Gesellschaft und Politik. Ihr ging es in ihrem Denken und Schreiben darum, möglichst präzise das zu verstehen, was um sie herum geschah und all das zu entlarven, was Fake, Schein oder Unwahrheit war. Allerdings ließ sie es dabei nicht bewenden. Häufig deutete sie auch an, in welche Richtung man sich stattdessen bewegen könnte, um es besser zu machen. Ich habe in den letzten Monaten wenige Philosophinnen und Philosophen gelesen, die derart klar und brillant in der Analyse ihrer Zeit waren und zugleich für unsere Zeit derart aktuell, offen und frei wie Hannah Arendt. Über die Eckpunkte ihres Lebens könnt ihr euch an vielen Stellen im Netz informieren. Wer Lust hat, kann sich zurzeit sogar eine Ausstellung im Deutschen Historischen Museum in Berlin ansehen, zu der ein sehr informativer und gut zu lesender Ausstellungs- und Essayband erschienen ist, Hannah Arendt und das 20. Jahrhundert. Wenn man ihr Buch Macht und Gewalt aus dem Jahre 1970 zu lesen beginnt, merkt man im Grunde bereits auf der ersten Seite, dass Hannah Arendt aus einer ähnlichen Unruhe herausgeschrieben hat, wie die, die uns derzeit erfasst hat. Sie schrieb in einer Zeit, die von den Studentenunruhen, von der neuen Black-Power-Bewegung und dem Vietnamkrieg geprägt war, der sich zu einem apokalyptischen Schachspiel zwischen den Supermächten entwickelt hatte. Ein kalter Krieg zwischen Staaten, die sich auf der Höhe der gegenwärtigen Zivilisationen sahen und auf dem Rücken anderer Länder ihre Stellvertreterkriege führten. Arendt sieht, dass sich die technische Entwicklung der Gewaltmittel von den Kriegen unterscheidet, die es zuvor gab. Es wird, wie sie schreibt, nach einer neuen Regel gespielt. Wenn einer siegt, sind beide am Ende. Mit dem möglichen Einsatz von Atomwaffen ist das bis heute keine leere Formel mehr oder eine bloße Drohung geblieben, sondern eine fatale Möglichkeit, tatsächlich alles zu vernichten. Arendt untersucht in ihrem Buch das Militärestablishment mit seinen Atombomben ebenso wie andere Fortschritte im Waffenbereich. Dabei denkt sie erstaunlich genug, 1970, explizit über den Einsatz von Roboter nach, die das Militär damals schon propagierte, um den Einsatz von Menschen in Kampfhandlungen überflüssig zu machen. Diese Idee der autonomen Kampfroboter oder die mit dem damaligen Vietnamkrieg durchaus vergleichbaren heutigen Gräueltaten in Syrien, in jedem oder anderen Kriegsgebieten, machen ihr Buch ebenso beklemmend aktuell wie ihre Diskussion der schwarzen Befreiungsbewegung in den USA. Auch sie passt auf geradezu gespenstische Weise zur Tötung von George Floyd durch die Polizei und damit zu einem Ereignis, das weltweit die Frage nach der Abschaffung systematischer Diskriminierung von Menschen, die eine andere als eine weiße Hautfarbe haben, neu entfacht hat. Allgemein gilt, dass all die, die sich gegen die Gewalt ihrer Systeme auflehnen, sei es nun in den USA, in Hongkong oder wie damals gegen den Vietnamkrieg oder die Unterdrückung von Schwarzen, wo auch immer, als rote Faschisten, als Kommunisten oder Extremisten bezeichnet wurden. Das System wirft ihnen ihr Handeln und Denken vor. Dabei sei gerade diese Generation der Demonstranten, schreibt Arendt, auffallend und ungewöhnlich mutig, habe Lust am Handeln und besitze Konzepte und Erfahrungen, die ein gewisses Vertrauen begründet erscheinen lassen, tatsächlich durch Handeln die Welt zu verändern. Fridays for Future. Aus heutiger Sicht hat sich durch den Protest in den 60er Jahren in der Tat hier und da einiges verändert. Dennoch sind auch grundlegende Probleme geblieben und diese Probleme haben mit Diskriminierung, mit Macht und Gewalt zu tun. Ein Beispiel, das Hannah Arendt anführt, sind die international bedeutsamen Studentenstreiks an den Universitäten. Diese nahmen in den USA, vor allem in Berkeley, ihren Ausgangspunkt. Anlass war zunächst der Streik gegen schlechte Bezahlung der Arbeiter, Arbeiterinnen und Angestellten an vielen Universitäten, nicht nur in Berkeley. Die Studierenden in Berkeley hatten dabei ein unbenutztes Universitätsgelände besetzt und in einen sogenannten Volkspark, den People's Park, verwandelt. Ein symbolisch, aber auch real lange umkämpftes Gebiet in der Stadt, das es zu Anfang der 80er Jahre, als ich dort studierte, noch gab. People's Park war unter anderem ein Treffpunkt für Obdachlose und viele, in der Regel schwarze Vietnam-Veteranen, ohne festen Wohnsitz. Darüber hinaus gab es eine Reihe von friedlichen Protesten und Sit-ins gegen den Vietnamkrieg. Die Polizei ging dann 1969 mit größter Brutalität gegen die zunächst friedlich demonstrierenden Studenten vor, ähnlich wie vor kurzem in Washington, mit dem Einsatz der Nationalgarde durch Trump. Es ging damals unter anderem auch um die Einrichtung dessen, was sich heute Black Studies nennt, also einem neuen Studiengebiet damals, das es noch nicht gab. Subtil beschreibt Arendt das Gefühl der jahrelangen Unterdrückung, Beleidigung und Erniedrigung, die sich allmählich zu offener Wut aufstocken können. In dem Zusammenhang wäre es wichtig, auch im Kontext heutiger Demonstrationen gegen unkontrollierten Kapitalismus oder für den Erhalt der Natur wie Extinction Rebellion gründlich ihre These zu diskutieren, dass Prediger der Gewalt sich nur zu Unrecht auf Marx berufen oder überhaupt Marxisten nennen dürfen. Mir geht es aber jetzt darum, das Verhältnis von Macht und Gewalt besser zu verstehen. Bis heute laufen die meisten gängigen Macht- und Gewalttheorien darauf hinaus, Macht und Gewalt gleichzusetzen. Über den Unterschied von Macht und Stärke findet ihr ebenfalls ein Video hier im Kanal. Außerdem war ich ja unlängst bei Jung und Leif zu Gast zum Thema Macht. Gewalt, so wird behauptet, sei nichts anderes als eine extreme Steigerung von Macht, so wie Krieg die Fortsetzung von Politik mit anderen Mitteln sei. Arendt hält beide Thesen für falsch. Ähnlich wie für Thomas Hobbes ist auch für Arendt Macht ein Bestandteil menschlicher Beziehungen. Macht ist also ein Relationaler, ein Beziehungsbegriff. Aber anders als Hobbes geht Arendt nicht von einem idealisierten Naturzustand aus, in dem Menschen sich einst mal befunden hätten. Sie definiert Macht vielmehr so, Zitat, Macht ist insofern also immer etwas Flüchtiges. Sie vergeht, weil es immer wieder neu darum geht, ein Einverständnis zwischen unterschiedlichen Menschen herzustellen. In den Augen von Hannah Arendt sind politische Institutionen daher lediglich Manifestationen oder Materialisationen von Macht. Und sie verfallen, wenn die, die ihre Zustimmung beispielsweise für eine bestimmte Regierung gegeben haben, diese zurückziehen. Macht entsteht also durch Übereinstimmung freier Menschen, die zusammen ihre Freiheit ausüben und frei gemeinsam handeln wollen. Macht ist im Grunde also das natürliche Medium von Politik. Und tatsächlich bedarf auch ein Monarch oder König, bei genauerem Hinsehen, immer der Unterstützung durch eine Gesellschaft, also durch andere, die ihm zustimmen. Wird ihm diese Zustimmung entzogen, verfällt seine Macht. Deshalb war zu allen Zeiten das, was man Meinung oder Image nennen könnte, von so großer Wichtigkeit. Die Nazis missbrauchten, wie viele andere Ideologen, Macht, die das natürliche Medium der Politik ist, mit den Mitteln von Propaganda, Lüge und Gewalt. In ihrem Denktagebuch notiert Hannah Arendt den Schlüsselsatz, der im Grunde ihre Gedanken wie in einer Formel zusammenfasst. Dort heißt es, Extreme berühren sich. Alle gegen einen, Macht, wird der Traum des Einen gegen alle, Gewalt. Was ist damit gemeint? Wenn Macht in einem Zusammenschluss freier Menschen besteht, also im gemeinsamen und freien Handeln, dann kann sich dieses Handeln, diese Macht auch gegen den Einen richten, also etwa gegen einen König oder gegen eine Einheitspartei, die alles kontrollieren und bestimmen will. Der Extremfall der Gewalt hingegen ist eine ganz andere Konstellation. Ein Einzelner geht brutal gegen alle anderen vor. Deshalb ist Gewalt, anders als Macht, nie ohne Werkzeuge, also nie ohne Gewaltmittel möglich. Und Gewaltmittel dienen nicht der Steigerung von Macht, sondern der gesteigerten Anwendung von Gewalt. Hannah Arendt schreibt wörtlich, Deshalb ist die oft gehörte Behauptung, eine Handvoll unbewaffneter Extremisten sei imstande, gewaltsam durch Geschrei, Spektakel, Krawall den Abbruch stark besuchter Vorlesungen zu erzwingen, obwohl eine große Mehrheit für die normale Durchführung stimmte, so irreführend. In Wirklichkeit liegen die Dinge in solchen Fällen erheblich ernster. Die Mehrheit weigert sich einfach, von ihrer Macht Gebrauch zu machen und die Störer zu überwältigen. Der akademische Betrieb bricht zusammen, weil niemand bereit ist, für den Status Quo mehr zu tun, als einen Finger hochzuheben. Das besagt, dass die Universitäten sehr viel mehr Studenten gegen sich haben, als man gemeinhin glaubt, und dass die militante Minderheit ein größeres Machtpotenzial besitzt, als die in öffentlichen Abstimmungen ermittelte Zahl erwarten lässt. Die Mehrheit der bloßen Zuschauer, die den lautstarken Gefechten zwischen Studenten und Professoren belustigt folgen, sind in Wirklichkeit schon die heimlichen Verbündeten der Minderheit. Zitat Ende. Dieses Prinzip lässt sich auf alle anderen Bereiche anwenden. Wer nicht handelt, zeigt auf diese Weise sein Einverständnis, damit seine Macht, nicht handeln zu wollen. Es ging ja auch anders. Nämlich durch den Zusammenschluss mit vielen anderen, die auf ähnliche Weise nicht handeln wollen. Der Gedanke trifft sich mit der Analyse des Soziologen Niklas Luhmann. In seinem Buch »Die Politik der Gesellschaft« schreibt er, dass Politik, beziehungsweise die Funktion der Politik, darin besteht, das ist seine Definition, die Kapazität zu kollektiv bindendem Entscheiden bereitzuhalten. Das macht Politik. Politik ist also eine Form der Kommunikation, die sich als Entscheidung darstellt. Ob die Kommunikation und damit die Bindung vieler Menschen dann auch gelingt, hängt natürlich von einer Reihe weiterer Faktoren ab. Mit Bindung meint Luhmann, dass eine Entscheidung nicht mehr eine bloße Prämisse oder Möglichkeit zu handeln ist, die dann in Frage gestellt werden kann. Bindend ist eine Entscheidung vielmehr dann, wenn sie selbst die Voraussetzung für weitere Entscheidungen bildet, womit noch nicht gesagt ist, dass damit auch die angezielten künftigen Systemzustände automatisch tatsächlich erreicht werden und festgelegt sind. Die Frage ist also, schreibt Luhmann, welche Frames, welche Rahmen aktualisiert werden müssen, damit eine bestimmte Form der Kommunikation als Entscheidung erscheint und dann in einem kollektiv bindenden Entschluss mündet. Man denkt dabei natürlich unwillkürlich an die Pressekonferenzen der letzten Wochen und Monate, in denen kommuniziert wurde, wie ab sofort mit der Corona-Pandemie umgegangen werden soll. Politische Kommunikation ist hier bereits Entscheidung und viele Politikerinnen und Politiker nutzten neuste wissenschaftliche Ergebnisse, die keineswegs bereits festes Wissen waren dazu, ihre Entscheidungen zu begründen und Konsens herzustellen. Nach Luhmann entwickeln sich Macht und Politik gleichzeitig. Macht existiert nach Luhmann allerdings nur so lange, und das ist wichtig, es überhaupt eine Alternative gibt. Solange also der eine den anderen nicht zwingen kann, das zu tun, was er will. Und zwar deshalb nicht, weil der andere ja immer noch die Möglichkeit hat, auch anders zu handeln. Stichwort Freiheit. Ist eine Handlung alternativlos, dann ist sie entweder Zwang oder Befehl. Insofern muss Politik überhaupt nicht mit Macht drohen. Denn kollektiv bindende Entscheidungen können ja auch ohne jede Drohung freiwillig getroffen werden. Macht ist für Luhmann also nur eine ganz besondere Form der politischen Kommunikation. Macht kommt dann ins Spiel, wenn es immer unwahrscheinlicher wird, dass ein Mensch den Wünschen oder den Willen eines anderen folgt. Macht setzt also die Freiheit voraus, anders entscheiden zu können. Macht ist aber wahrscheinlicher, dass der eine den Entscheidungen des anderen auch tatsächlich folgt. Wer Gewalt gebraucht, zeigt nur, dass er keine Macht mehr hat zu überzeugen. Deshalb muss laut Luhmann der Gebrauch physischer Gewalt vermieden werden, wenn man Macht erhalten möchte. Man setzt sich durch aber eben so, dass der andere nicht mit Gewalt der eigenen Durchsetzungsfähigkeit widerspricht. Die politische Funktion der Gesellschaft braucht also das Medium Macht ebenso, wie die Macht ein politisches System braucht. Dies gilt zunächst völlig wertneutral und feststellend. Hannah Arendt geht nun wie Luhmann davon aus, dass Menschen immer im Plural leben. Es gibt nicht den Menschen, sondern die, also viele einzelne unterschiedliche Menschen. Die Frage ist, wie sie jetzt zusammenleben bzw. zusammenleben wollen. Der Soziologe Max Weber hatte behauptet, dass Herrschaft eine bestimmte Form der Macht sei, gleich ob sie nun legal, legale Macht, durch Tradition oder einen charismatischen Führer begründet ist. Gewalt stellt in seinen Augen nichts anderes dar als eine konsequente Anwendung solcher Macht. Hannah Arendt hält dieses Verständnis für falsch, ebenso wie Luhmann. In ihren Augen ist Macht eine Form der Organisation freier Menschen, während Gewalt ein Mittel darstellt, gegen die Freiheit der anderen etwas durchzusetzen, mit Machtmitteln. Allerdings gibt Arendt zu bedenken, treten Macht und Gewalt häufig gemeinsam auf, in Kombination. Und das macht es schwerer. Denn nur in seltenen Fällen sind sie sozusagen in reinen Kultur, in reinen Gestalt anzutreffen. Daraus jetzt zu folgern, dass Autorität, Macht, Stärke und Gewalt alle auf dasselbe hinauslaufen, hält sie jedoch für grundfalsch. Der entscheidende Gedanke ist gerade, dass sich Macht nicht aus Gewalt ableiten lässt. Man könnte sogar sagen, dass das Gegenteil der Fall ist. Denn Macht ist ja der Zusammenschluss freier Menschen und damit gerade keine Gewalttätigkeit. Tatsächlich beruhen Herrschaftsstrukturen häufig jedoch nicht auf Macht, sondern auf Gewaltmitteln. In solchen Fällen wird Macht als politisches Medium durch Gewalt ersetzt. Handelt der Staat zum Beispiel gegen seine Bürgerinnen und Bürger, dann wird er am Ende zur Terrorherrschaft. Genau das ist ja die Definition von Gewalt. Einer, in diesem Fall ein Staat, gegen alle, nämlich gegen all seine Bürgerinnen und Bürger. Der Verlust von Macht verführt, anders als Ohnmacht, diejenigen, die die Mittel haben dazu, diese Mittel einzusetzen, um die verlorene Macht wiederzuerlangen. Nackte Gewalt tritt also dort auf, wo Macht in Wahrheit schon verloren ist. Arendt bemerkt über den Einfall sowjetischer Panzer in Prag, Prager Frühling, die russische Lösung des tschechischen Problems zeigt deutlich einen entscheidenden Machtverlust des russischen Regimes an, genau wie der Machtverlust des europäischen Imperialismus sich in der Alternative zwischen Massenmord oder Kolonisierung manifestierte. Man kann Macht durch Gewalt ersetzen und dies kann zum Siege führen, aber der Preis solcher Siege ist sehr hoch. Denn hier zahlen nicht nur die Besiegten, der Sieger zahlt mit dem Verlust der eigenen Macht. Um die Gedanken nochmal zusammenzufassen. Hannah Arendt behauptet, dass im Politischen Macht und Gewalt nicht dasselbe sind. Vielmehr sind Macht und Gewalt Gegensätze. Wo die eine absolut herrscht, ist die andere nicht vorhanden. Gewalt tritt auf den Plan, wo Macht in Gefahr ist. Überlässt man Gewalt den ihr selbst innewohnenden Gesetzen, so ist das Endziel, ihr Ziel und Ende, das Verschwinden von Macht. Zitat Ende. Aus diesem Grund ist Arendt auch der Überzeugung, dass das Gegenteil von Gewalt nicht etwa Gewaltlosigkeit ist, also Verzicht auf Gewaltmittel, sondern Macht. Denn Macht macht Gewalt überflüssig, auch wenn Macht in der Form eines Einverständnisses immer flüchtig ist. Umgekehrt kann Gewalt Macht durchaus vernichten. Gewalt schaltet Alternativen aus und damit Freiheit. Aber gerade deshalb ist jemand, der Gewalt ausübt, gänzlich außerstande, selber aus sich heraus Macht zu erzeugen. Man kann Menschen nicht durch Gewalt zwingen, den eigenen Ideen freiwillig zu folgen. Wie soll das gehen? Macht lebt aber von der Möglichkeit, dass man Alternativen hat. Man kann zustimmen oder auch nicht. Macht entsteht nicht durch Gewalt, sondern durch freien Entschluss zum gemeinsamen Handeln. Das Fazit zum Thema Macht und Gewalt kann also lauten, wo immer Menschen zusammen sind, zusammenleben, sind sie auf politische Steuerung angewiesen. In der politischen Steuerung können sie als freie Menschen gemeinsam Entscheidungen treffen und gemeinsam handeln. Ihr gemeinsames Entscheiden ist gerade der Grund dafür, dass nicht von Gewalt oder Terrorherrschaft Gebrauch gemacht werden muss. Man braucht also in gewisser Weise Macht, um Gewalt zu verhindern. Macht besteht, wie schon Voltaire behauptet hatte, darin, andere zu veranlassen, so zu handeln, wie ich selber oder eine Gruppe von Menschen es für richtig hält. Und zwar veranlassen durch gute Argumente und den Hinweis auf Fakten statt durch Propaganda oder Gewaltmittel. Macht ist gerade nicht die letztlich mit Terror durchgesetzte Wirksamkeit eines Befehls, sondern die freiwillige Übereinkunft aufgrund von Argumenten gemeinsam zu entscheiden und zu handeln. Macht ist daher, richtig gedacht, die beste Verhinderung von Gewalt. Gewalt lässt sich immer auf Werkzeuge, auf Waffen zurückführen, zu denen auch Propaganda gehört. Macht hingegen verlässt sich auf Argumente und Gegenargumente, also auf den Prozess kritischer Prüfung und freier Entscheidung. Noch ein letzter Gedanke dazu von Hannah Arendt. Wäre eine Demokratie nichts anderes als die einfache Herrschaft der Mehrheit über die anderen, also der Zahl, wäre die unausweichliche Folge, dass Minderheiten auf brutale und furchtbare Weise unterdrückt werden müssten, wenn sie eine abweichende Meinung haben. Solche ungeteilte und unwidersprochene Macht, die Andersdenkende nicht schützen, sondern letztlich vernichten würde, also unkontrollierte Macht, läuft im Grunde auf Terror hinaus. In Wahrheit besteht Demokratie jedoch gerade im gemeinsamen Schutz von Minderheiten vor dem möglichen Terror der Mehrheit. Und zwar, weil die Mehrheit sich so entschieden hat. Sie stützt sich, anders als ein autoritärer Staat, niemals alleine auf Gewaltmittel, sondern auf die Einsicht, dass alle Menschen gleiche Rechte haben. Die Ausübung von Macht bedarf der Argumente, des Überzeugens, bedarf der Legitimität, während sich Gewalt allein durch ihre Ziele zu rechtfertigen glaubt, also durch etwas, das ein Mittel zum Zweck ist, dessen Verwirklichung aber noch in der Zukunft liegt. Je näher das zu erreichende Ziel liegt, desto leichter scheint Gewalt rechtfertig zu sein. Am Ende aber muss sie scheitern. Denn wer durch Gewalt ein Ziel erreicht, braucht folglich auch weiterhin Gewalt, um seine Herrschaft aufrechtzuerhalten. Konsequenterweise muss also Terrorherrschaft irgendwann jede Form der Gewaltherrschaft ablösen. Das einzige Mittel, das zu verhindern, ist der Aufbau eines politischen Systems, das trotz aller Widersprüche durch Argumente und Entscheidungen weitere Entscheidungen freier Menschen legitimiert. So viel zu Macht und Gewalt. Alle Probleme sind damit auf der Theorie-Ebene natürlich noch nicht gelöst. Ich kann euch aber wärmstens empfehlen, Hannah Arendt selbst zu lesen und vielleicht mit anderen darüber zu sprechen und euch auszutauschen. Es lohnt sich sehr, denn am Ende versteht man, warum Gewalt und Macht eben gerade nicht dasselbe sind. Und warum eine offene Gesellschaft das beste System ist, auch wenn es manchmal so aussieht, als hätten autoritäre und gewalttätige Regimes die Nase vorn. Aber das stimmt nicht. Und tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017